Grey Hat SEO ist eine Form der Suchmaschinenoptimierung, die nicht direkt illegal ist, aber auch nicht genau den Richtlinien der Suchmaschinen folgt. Sie ist damit eine Art Mittelweg zwischen White Hat SEO, also Suchmaschinenoptimierung, die den Richtlinien folgt, und Black Hat SEO, Suchmaschinenoptimierung, die den Richtlinien nicht folgt und gegen sie verstößt. Grey Hat SEO kann kurzfristige Erfolge bringen, wird aber auch abgestraft, wenn es entdeckt wird.